Komponieren und Klivetspielen ist ja meine Natur. Das kenne ich, seit ich mich selbst kenne. Komponieren und Klivetspielen. Ich habe mit fünf angefangen, Klivetspielen zu spielen. Mein erster Lehrer, ein Schüler von Korto, hat immer meine Improvisation gefördert. Er hat am Anfang des Unterrichts gefragt, was hast du heute gesehen? Ich habe gesagt, Autos und so. Ich war in der Schule gespielt. Ja, ein Spiel, was du heute erlebt hast, macht eine Programmmusik. So, wir haben manchmal völlig autodidaktisch die Improvisation genannt. Und Improvisation ist natürlich die direkte Brücke zum Komponieren, den Mut zu komponieren.